Das iMOOX Logo, ein Smiley mit Brille Farbige Würfel und der Schriftzug Mekomook Vortrag von Martin Ebner, Technische Universität Graz Im Hintergrund ist eine Tafel mit dem Schriftzug Lernvideo eingeblendet Herzlich Willkommen zu dieser Einheit Lernvideo In dieser Einheit Lernvideo möchten wir über Videos sprechen, wie wir sie im Unterricht einsetzen können die Planung, wie der didaktische Einsatz ist und warum das eigentlich ein so wesentliches Thema heute ist Lernvideos grundsätzlich können sehr vielfältig eingesetzt werden Die Palette ist vom eigentlichen Selbststudium für das Online-Studium Sie können sie im Unterricht verwenden als Lehrer und Lehrerin zur Vorführung, zur Präsentation Im Wesentlichen gibt es folgende Einsatzformen Das erste ist das klassische Live-Streaming Das heißt, ich würde jetzt hier stehen und Sie könnten mich gleichzeitig live auf YouTube verfolgen Ein Laptop wird eingeblendet, worauf YouTube geöffnet ist und Martin Ebner in einem Video übertragen wird Oder auch im Fernsehen Das heißt, es wird direkt eins zu eins weitergegeben, ist also live Dann gibt es eine sogenannte Live-Videotechnik als Einsatzform Darunter verstehen wir, wenn Sie zum Beispiel mit einem Tablet arbeiten und gleichzeitig dieses Video auf den Projekt übertragen wird Dass man gleichzeitig sieht, was Sie zum Beispiel hier schreiben oder annotieren Martin Ebner zeichnet auf ein Tablet und hinter ihm an der Wand ist der Inhalt des Tablet-Bildschirms sichtbar Und so natürlich auch vielleicht die Visualisierung von etwas verdeutlichen Also man könnte auch sagen, das ist der Ersatz der Tafelschrift Als nächste Einsatzform ist die Möglichkeit, die man heute hat, ist die Integration von Experten und Expertinnen in den Unterricht So können Sie sich sehr einfach vorstellen, Sie verwenden zum Beispiel Skype, rufen also Martin Ebner an Im Hintergrund ist das Programm Skype eingeblendet Ein Anruf zu Martin Ebner wird aufgebaut und dann erzählt Martin Ebner etwas via Skype an ein schematisch dargestelltes Publikum in der Klasse Und sagen Sie, Martin Ebner können Sie meinen Schüler und Schülerinnen erklären, wie man zum Beispiel Videos verwendet Und dann könnte man live mit mir sich austauschen und so also den Experten, die Experten in den Unterricht holen Klassisch gesehen sind Videos sehr oft als Nachbereitung im Einsatz Das machen wir zum Beispiel auf den Universitäten sehr oft Das heißt, wir zeichnen zum Beispiel unsere Vorlesungen, Übungen und so weiter auf Im Hintergrund wird ein Lehrender gezeigt, der Formeln auf eine Tafel schreibt und diese erklärt Stellen das als Video zur Verfügung Und Studierende können das als Nachbereitung verwenden Beziehungsweise als Prüfungsvorbereitung Dann natürlich, also dagegen das Gegenteil zur Nachbereitung ist natürlich die Unterrichtsvorbereitung Das gibt ein didaktisches Konzept, das heißt zum Beispiel Flipped Classroom Hier sieht man es so vor, dass ich als Lernender zu Hause ein Video vorbereite Vielleicht also den Stoff, den ich auf der Tafel bringen wollte, der mehr oder weniger eh ein Monolog gewesen wäre Wenn ich das Video aufzeichne, entsprechend aufbereite, den Schüler und Schülerinnen und den Studierenden nach Hause mitgebe Und sage statt einer Hausübung, bitte schaut sich das zu Hause an, drängt es durch diese 15, 20 Minuten Und kommt es dann vorbereitet in den Unterricht Und im Unterricht drehen wir das jetzt um, machen also nicht mehr den eigentlichen Lernstoff Sondern wir üben Wir üben quasi die Hausübung, die ist also früher zu Hause rechnenbar im Unterricht Weil wir wissen, wenn man also selber das tut und macht Dann kommen die Fragen also auf Und das nennt man heute als sogenanntes Flipped Classroom Prinzip Und es gibt also schon einige wissenschaftliche Untersuchungen dazu Wo die zeigen, dass sich das natürlich sehr eignet Natürlich und wahrscheinlich der Klassiker im Unterricht Werden Sie Videos verwenden zum irgendetwas zeigen, zum Illustrieren Dort, wo also vielleicht ein Bild mehr als tausend Worte sagt Ein Chemielehrer zeigt in seiner Klasse ein Experiment Zum Üben, Vergleichen, Sie können Perspektivenwechsel einbauen und so weiter und so fort Das heißt, heute sind Video an sich als Technologie grundsätzlich natürlich auch im Einsatz Natürlich sind Videos, wie Sie auch hier in diesem Massive Open Online Course erleben Bei Online Kurse mehr oder weniger das Instrumentarium Weil es also heute relativ einfach ist, solche Videos zu produzieren Und natürlich also, dass anschaulicher ist Wenn Sie also zum Beispiel gewisse Dinge einblenden können, wie hier im Hintergrund Dann kann man natürlich Dinge viel besser zeigen und erklären Als wenn Sie vielleicht nur den Ton haben Und eine letzte Einsatzform ist auch sehr spannend Das ist eine sogenannte Lernvideo-Erstellung durch Lernende Das heißt also das sogenannte Lernen durch Lehren Indem man einfach eine Schülergruppe oder auch eine Einzelperson Einfach selbst ein Video produzieren lässt und einer Gruppe erklären lässt Haben wir auf den sehr innovativen Medieneinsatz das Vorteil, dass die Gruppe motivierter ist Und dadurch selbst natürlich etwas lernt, weil es es also anderen Personen erklären muss Und das sogenannte Peer Learning hier aktiv wird Das also quasi Schüler und Schülerinnen, anderen Schüler und Schülerinnen etwas erklärt Was also oftmals in der Zielgruppe viel einfacher ist Einblendung einer Tafel mit der Zusammenfassung Einsatzformen von Lernvideos Live-Streaming, Live-Videotechnik, Ersatz-Tafelschrift Im Unterricht zur Vorführung Im Unterricht zur Integration von Expertinnen Zur Nachbereitung des Unterrichts, Aufzeichnung Zur Vorbereitung des Unterrichts, Flipped Classroom Im Unterricht zum Zeigen, Illustrieren, Üben, Vergleichen, Perspektivenwechsel Für Online-Kurse, Lernvideoerstellung, Lernen durch Lehren Das waren also die, grob gesagt, möglichen Einsatzformen von Videos Und jetzt ist es natürlich so, jetzt gibt es auch die Möglichkeit Wie erstellt man denn ein solches Video? Wir reden immer von sogenannten Macharten Das heißt, welche Formen von Videos kennen wir Welche Palette wird also heute hier angeboten? Und wenn Sie sich also durch diese Plattform iMOOCs zum Beispiel klicken Werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass also kaum ein MOOC eine sehr ähnliche Machart hat wie der andere Dass also sehr viele verschiedene Videos erstellt worden sind Weil sie sich natürlich auch verschieden eigen Ja, also das Erste und das Klassischste ist wahrscheinlich der sogenannte Screencast Screencast ist ganz was Einfaches Das heißt, man geht her, ist eine Software Die Software läuft also meistens lokal auf dem Laptop oder auf Ihrem Tablet Und tut nichts anderes, als alles, was also hier passiert, aufzunehmen Einblendung eines Videos über Softwarebedienung und Videos in denen Grafiken und Zeichnungen erstellt werden Kommt also aus der klassischen Software-Support Aus dem Software-Support Mit der Idee, dass man jemandem erklären kann Also zum Beispiel, wie man ein Programm bedient Weil es einfacher ist, also schriftlich Sie kennen das, also schriftlich nachzulesen Wie Sie Word zu bedienen müssen Ist vielleicht wesentlich komplizierter Als wenn Sie sich auf YouTube ein Video anschauen davon Und der Screencast ist auch für den Unterricht sehr, sehr geeignet Alles, was Sie jetzt auf dem Tablet schreiben, zeichnen, zeigen Können Sie natürlich jetzt mitfilmen Und damit ist natürlich das Tafelbild, wenn Sie so wollen, digitalisiert Und das Schöne daran oder der Vorteil daran ist, dass also Dinge nachvollzogen werden können Also wenn Sie heute so ein Blatt Papier haben, wissen Sie vielleicht gar nicht mehr, wie das vor drei Monaten entstanden ist Und durch den Screencast können Sie also quasi Schritt für Schritt die Rechnung, die Zeichnung nachvollziehen Weil auch der Weg sehr wesentlich ist, weil der Lösungsweg entscheidend ist Was hat der Lehrende dazu gesagt? Das sind sogenannte Screencasts Eine andere Macher ist die sogenannte Legetechnik Legetechnik ist groß geworden durch CommonsCraft Durch solche einfache Erklärvideos Da sehen Sie also keinen Schauspieler, keine Person Sondern hier werden eigentlich sehr einfache Bilder verwendet und einfach in das Bild gelegt Und die Kamera filmt eigentlich von oben Und dazu wird einfach ein Text gesprochen Einblendung eines Videos mit Legetechnik Auf einem Blatt ist die Zeichnung eines Mannes zu sehen Dann werden nach und nach verschiedene Bilder dazugelegt Zum Beispiel Fotos von Gebäuden Ein Text der Schriftzug veröffentlicht und ein Paragraph in einem Wahndreieck Und das ist einfach, um das Gesprochene visuell zu hinterlegen mit sehr anschaulichen Grafiken Das ist oft netter und hat daher oft mehr Wirkung als wenn Sie nur den Sprecher oder die Sprecherin sehen Ja, dann natürlich die Klassiker Sind also die Möglichkeiten einer Tafel- oder Whiteboard-Anschrift Sie können natürlich jetzt eigentlich hergehen Und ich drehe mich hier um, schreibe auf die Tafel Und gleichzeitig beim Schreiben wäre ich abgefilmt Das ist der Klassiker Hat eigentlich einen enormen Erstellungsaufwand Weil Sie brauchen in der Regel eine Person Die natürlich die Kamera führt Durch das, dass ich natürlich sehr beweglich bin auf dieser Seite Sie haben vielleicht das auch mit Tonchwierigkeiten Und dann ist also auch immer das Zoomen natürlich ein Problem Oder auch meine Schrift auf der Tafel Das heißt also, Tafel- und Whiteboard-Anschrift Also heute nicht mehr so gerne verwendet Eher dann, wenn man das Gefühl hat Ja, da braucht es jetzt also so richtig die Idee Dass der Professor das so an die Tafel schreibt und entwickelt Manchmal ist es halt einfacher Wenn Personen natürlich technisch jetzt nicht mit einem Tablet umgehen können Ja, Klassiker ist auch Vortrag vor der Webkamera Oder vor der Kamera generell Das heißt, ich stelle mir irgendwo vor mir eine Kamera hin Bin dann großflächig oben und erkläre ganz was Kurzes Einblendung einer Kamera Durch die Martin Ebner als Sprecher zu sehen ist Aber man muss nicht aufpassen Weil die Personen natürlich, Sie können Also immer wieder müssen Sie in der Kamera bleiben Wenn Sie keine zweite Person haben zum Filmen Dann müssen Sie sich sehr statisch verhalten Wird heute immer mehr verwendet Zum Beispiel, also wenn Ihnen kurz etwas einfällt Also kurze Videos, also wie in einer Art Selfie-Modus Wo Sie dann sehr schnell an Ihre Studierenden und Schülerinnen Also hier etwas abgeben können Klassiker ist natürlich eine Reportage Ein Dokumentarfilm Das heißt also, dass man sehr klassisch hier arbeitet Kann man uns die Studieaufzeichnung Also die Studieaufzeichnung ist im Prinzip das, was wir hier machen Das heißt also, es gibt vielleicht sogar so etwas wie ein Greenscreen Martin Ebner steht vor einer grünen Leinwand mit Kameras im Vordergrund Dann werden diverse Hintergründe eingeblendet Wie zum Beispiel ein Palmenstrand oder ein Gebäude Martin Ebner steht vor einer Tafel, auf der Bilder eingeblendet werden Und im Greenscreen Hintergrund kann man Dinge einblenden Picture in Picture zu machen Das merken Sie also hier immer wieder Und grundsätzlich also quasi in einem Studio tatsächlich den Unterricht Und die Unterrichtseinheit produzieren Natürlich gibt es die Möglichkeiten von Aufzeichnungen aus Live-Vorträgen Oder auch Web-Konferenzen Das heißt, das sind meistens auch Programme Die entweder sind das irgendwo fixe Kameras Oder irgendeine Software Die im Prinzip das mitschneidet Und also eigentlich eine Aufzeichnung macht Nachteil von Aufzeichnungen ist Also es sind natürlich oft sehr schwierig in der Nachbearbeitung Wenn die Hintergrundgeräusche sehr groß sind Und natürlich ist auch hier der Schnitt sehr schwierig Weil das ja im Prinzip ein Live-Vortrag war Natürlich können Sie auch die Machart einer Animation Eines Trickfilms verwenden Das ist natürlich schon sehr aufwendig Das heißt, Sie animieren natürlich das entsprechende Video Mit verschiedensten Comicfiguren Oder zeichnen das vielleicht auch selbst Oder nehmen halt sogenannte Slow-Motion-Picture Das heißt also Bild für Bild auf Und machen dann also 30 Bilder die Sekunde Damit Sie also einen Trickfilm bekommen Also hier wird es dann schon sehr aufwendig natürlich in der Machart Aber natürlich ist vielleicht die Wirkung entsprechend groß Eine auch sehr einfache Machart Und oft verwendet bei Lernvideos ist das Interview Das Interview von einer Person mit einer Expertin Macht das Ganze ein bisschen belebter und interaktiver Als wenn man nur so einen Vortrag natürlich hat Und also hier sind also immer zwei Personen oder auch mehrere beteiligt Ja und dann der Klassiker zum Schluss wäre natürlich der Blockbuster Blockbuster darunter verstehen wir Sie haben tatsächlich ein Schauspielerteam, einen Drehort Und produzieren tatsächlich so, wie man sich das schon schön in Hollywood vorstellt Mit verschiedensten Animationen im Hintergrund Und nach einem Drehbuch mit Schauspielern tatsächlich ein Lernvideo Das kommt natürlich vergleichsweise selten zum Einsatz Einfach weil der Aufwand sehr groß ist Und natürlich auch die Kosten damit steigen Und das wird also dann wirklich tatsächlich Also die Situation produziert Also mit Schauspielern und Schauspielerinnen Und die letzte Macher, die ich Ihnen noch vorstellen will Ist also etwas, das sehr neu ist Das sind 360-Grad-Videos 360-Grad-Videos ist eigentlich also ein Video Das müsst ihr euch vorstellen, wo sie also 360 Grad aufnehmen Und plötzlich etwas anderes beginnt Das heißt also nicht mehr der Kameramann Bestimmte Perspektive, die sie sich anschauen Sondern Sie als Zuschauer oder Zuschauerin können sagen Ich schaue mir das Video aus der Perspektive an Aus der ich es jetzt gern sehen möchte Verschiedene Kameraperspektiven werden eingeblendet Aus einem Hörsaal, aus einer Kletterhalle Und von einer Skipiste Das eignet sich wahnsinnig toll natürlich für Sport im Prinzip Weil man Perspektiven einnehmen kann Die man vorher nie eingenommen hat Klettern, wie sie wollen Oder auch, es gibt ein großes Beispiel Also des ORFs, wo man sich das Hanningkernremmen Quasi sich anschauen kann Also Perspektive des Sportlers Und also auch, wie es von hinten ausschaut Und so weiter und so fort Also kompletter Perspektivenwechsel Macht also dort Sinn Wo man sagt, es macht wirklich Sinn Das aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten Und also eben dem Zuschauer oder Zuschauerin Die Möglichkeit zu geben, diese zu wechseln Ja, das waren also in aller Kürze Also die möglichen Macharten bei Videos Zusammenfassung Macharten von Lernvideos Screencast Legetechnik Vortrag vor der Webkamera Dokumentarfilm Reportage Studieaufnahme Aufzeichnung von Vorträgen Konferenzen Stop Motion Trick Film Animation Interview Blockbuster 360 Grad Video Der Nachspann mit Produktionsdetails wird eingeblendet Informationen dazu sind im Transkript detailliert aufgelistet Der Nachspann mit Produktionsmethoden